So, das heißt, wir verlängern hier jetzt erstmal unseren Technik-Kram. So, und dann stellen wir den guten Ofen, den wir jetzt haben, hier hin. Und dann sagen wir, äh, Carbon Steel und Chromium. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Gut, dann springt er an und der zieht 300, okay. Jetzt hat die Frage, wie lange es jetzt dauert. Ach, da gibt es eine ganze Menge von, das ist gut. Oh, das geht genau auf. Oder habe ich mich verguckt? Ja, geht genau auf, sehr schön. Jetzt haben wir nämlich Stainless Steel. Gehen wir hier mal einen Schritt weg vom Wasser. So. Und dann können wir nämlich Stainless Steel und dann brauchen wir das Ding wieder. Den hatten wir doch auch gerade eben schon mal irgendwo. Wir machen das mal hier. Ach, fuck. Ich brauche den. Ne, egal. Ich stelle mich erstmal an meine Crafting-Stelle. Hier stehen wir gut. So. So. Genau. Kupfer. Hier wieder. Zwei hiervon. So. Zack. Und dann machen wir. Dam, bam, bam. Bam. Da, 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 da. Und dann. So. Und das Ganze nochmal. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und nicht vergessen, es ist nur die Vorbereitung für das, was wir später mal machen wollen. Genau, Kamp-Steel. Kamp-Steel war einfach ein... War das doch, oder? Ne, das ist krass einengert. Äh. Iron und Koldust. Okay. Ähm. Boah, den Gileen in Koldust mal in... Ja. Mal benutzen für irgendwas. So. Keine Ahnung wie viel. Und davon haben wir auch noch welche. Das heißt, wir gehen wieder rüber. Guck mal, hier ist auch noch ein Eleanor-Furnace. Okay, dann nehmen wir den hier. Ähm. Ähm. Der braucht aber Kohle, ne? Bergbau. Guck mal hier, da kann man nämlich mal schön ein Stack Kohle reinschmeißen. Dann haben wir es nicht so weit. So. Hiervon. Und, äh, Koldust. Und, äh, keine Ahnung wie viel. Aber lassen wir den erstmal ein bisschen brutzeln. Fünf. Fünf. Wie viel kriegen wir dafür? Zwei. Vier. Gut. So. Und dann... Fiber haben wir noch. Und dann stecken wir das Ganze mal zusammen. Na. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, die Tubes. Und, äh, den haben wir drüben. Das haben wir hier. Zack, zack, zack. Zack. Den hier oben hin, oder wo war das? Nee, den unten hin. Gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo noch Tubes finden. Da waren welche. Da hin, da hin. Und, äh, äh, vielen Dank dafür. Und, dann haben wir den hier und den, das können wir hier drüben dazustellen. So, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den, jetzt haben wir das. Hm. Was brauchen wir denn noch? Also, Grindr. Kompressor. Kochen, 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 kochen. Alloy haben wir. Extractor brauchen wir gar nicht, ne? Habe ich mich ja gut verguckt. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wo wir gerade im Flow sind. Diesen Grinder, den upgraden wir auch mal hier auf MV. Ähm, Grinder. Ja, ja, ist genau, mal ist genau das gleiche Rezept. Ähm, das heißt, wir brauchen Spulen. Vier, oh, hier, zack. Können wir eigentlich gleich mal, ach nee. Äh, ja gut, jetzt sind sechs. Egal. Ähm, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Dann, 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 dann. Dann, dann, dann. Dann haben wir gleich keinen Kupfer mehr, ne? Meine Güte. So. Ähm, das, das. Ah. Corona. Ah, so. Äh, wo war ich denn geblieben? Der, genau, ist das Rezept mit dem. Das Carbonsteel, das war mit Cold Dust und normalem im, äh, Dings Furnace, genau. Machen wir das hier mal da rein. Dann machen wir das hier da rein. Und dann machen wir Feuer frei. Und dann springt der an. Ja, sehr schön. Und da brauchen wir fünf von, ne? Kreis, das kriegen wir wahrscheinlich sechs, weil die immer im Doppelpack gemacht werden, ne? Genau. Ach nee, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Wir haben ja noch einen. Äh. So. Äh. Genau. Das ist Wasser. Äh, das. Das, das. Das, 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 äh, das, haben wir noch Pipes, müssen wir gleich noch mal gucken. Gucken wir mal in einer von den anderen Kisten, ob hier oben noch Pipes sind, sonst machen wir uns schnell welche, die sind dann zum Glück relativ einfach. Ne, guck mal, hier haben wir noch, sehr gut. Äh, äh, haben wir alles, oder? Da, 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 ne, natürlich so rum. Und dann holen wir uns den von der Seite hier einfach einmal weg. Äh. Mit der guten Hacke. Die ist auch bald hinüber, die Hacke hier, ne? Tada! Da, 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 da ist die Laube fertig, würde ich sagen. Jetzt haben wir alle Tools da, die wir brauchen, auch in, äh, der MV-Variante. D.h. diesen ganzen Kram hier, den können wir einfach wieder abreißen. Ähm. Lass mich mal hier rein. Äh, da ist eine Wasserquelle, hier ist eine Wasserquelle, hier ist eine Wasserquelle, na, hier ist eine Wasserquelle, so, zack, zack, zack. So, das war ja eh nur temporär, so, gut, wenn ich jetzt eine, warum eigentlich nicht, aus Kupfer, oder? Nicht? Nur andersrum? Nicht? Ähm, bleiben wir beim Bekannten. So, zack, zack. Und dann können wir den Kram hier nämlich wieder wegholen, den brauchen wir jetzt nicht mehr, damit hat sich das dann erledigt. Zack, hier auch noch weg. So, dann haben wir nämlich hier hinten schön wieder irgendwie, äh, ein bisschen Platz. So, gut, das geht auch schnell. Das geht nur mit der Hand nicht schnell anscheinend, okay. Ja, so ist doch fein, jetzt haben wir nämlich hier schön unsere, äh, unsere Arbeitsstation mit den verschiedenen, äh, Maschinen, die wir dann brauchen, das ist schon mal ganz gut. Gut, da können wir bei der Gelegenheit vielleicht einfach mal eine Kiste hinstellen. Ne, kann man nicht. Wir haben ja keine Kisten. Wir haben ja überhaupt keine Kisten. So, das Werkzeug, äh, ach komm, ich bin mal so frei, ich gebe mal rüber, sortiere das mal ein. So, dass wir das einmal ordentlich hinterlassen. So, das kommt hier hin, das, ja, bleibt da, wo es ist, das kommt hier hin. Das kommt auch hier, das würde ich alles eher so hier in die Richtung einsortieren. Der Kupfer ist natürlich ganz normal Bergbau, das ist eine Maschine. Ja, kommt, kommt hier mal mit dazu. Ja, die brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Das Papier brauchen wir erstmal nicht mehr. LV-Generator ist, ja, wir tun das mal hier unten hin. Ne, so. Dass wir das alles so ein bisschen getrennt haben. So, ähm. Genau, das kommt hier wieder da unten rein. Steinzeug, äh, ja, ist auch Steinzeug. So, Holzkohle. Die ist ja wohl eindeutig Bergbau, weil wir alle ja wissen, äh, Holzkohle kommt aus dem Berg. Hm, ja, Möbel und Objekte haben wir keine. Steinzeug haben wir das Ding hier noch dazu, äh, wobei das ja eher Ton-Ede-Kies ist. Äh, Holzzeug haben wir den Zaun. Äh, das kommt hier mit dazu. So, machen wir hier mal so. Ne, guck mal, wir haben hier oben. So, äh, Maschinen zu Maschinen, das kommt so rum, zack. Ach, komm, was soll's? Ach, komm, Kiste ist, äh, nehmen wir mal mit. So, das ist das, das ist das, das ist das. Jetzt, äh, müssten wir eigentlich nochmal gucken, dass wir, äh, uns ein bisschen Werkzeug machen. Und, äh, uns ein bisschen Werkzeug machen. So, äh, uns ein bisschen was solltiert. So, äh, uns ein bisschen was solltieren. So. Ähm, nee, hier. Bergbau, ne? So. Und das hier mal aufrücken lassen. Kupfer ist hier auch drin. So. Stöcker weg, das weg, das weg. Hier. Guck mal, die ist jetzt eh gleich hinüber. So. Gut, damit haben wir schön einmal ein Set Werkzeug. Eine Fackel. Ein bisschen was zu essen. Der Eimer ist da. Und es wird auch schon wieder Nacht. Ja. Eine Stunde 17 haben wir jetzt. Auf der Uhr, ne? Ein bisschen. Oh ja, Wasser ist immer noch nicht angepasst. Beziehungsweise es war angepasst. Und 5.4.1 wurde released. Und, äh, ist eingespielt worden als Update. Und dadurch ist natürlich das hier wieder zurückgesetzt worden. Also das Wasser war schon wieder schön. Ist jetzt wieder nicht schön. Ähm. So. Also theoretisch sind wir ja eigentlich dann für diese Folge durch, oder? Nächste Folge, äh, oder Aufnahmesession müssen wir mal gucken, dass wir, ähm, dann die Maschinen, die wir gebaut haben, auch mal in Produktion nehmen. Und dann mal anfangen mit dem Herstellen von, äh, von, äh, von den Solargeräten. Das machen wir aber nicht mehr heute, das machen wir ein anderes Mal und, äh, da bleibt mir nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, bis zum nächsten Mal, ne? Hau da rein. Tschö. Und dann, äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.